Heute Tag der offenen Tür in der Deutsch-Italienischen Vereinigung. Wir fragen mal kurz, was es hier so gibt. Willkommen zum Tag der offenen Tür. Wir bieten heute Livemusik, Führungen durch unsere Galerie, Mini-Sprachkurse auf Italienisch, ein Italien-Quiz und abschließend einen Vortrag über Libby. Also hier finden heute die Mini-Sprachkurse statt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich führe heute durch die Ausstellung in der Galerie. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tja, tja. Tschüss. Tja, tja. Tja, tja. Tja, tja. Bis zum nächsten Mal.